herzlich willkommen leute zu einem weiteren video auf meinem kanal heute ist das starter pack in vorne rausgekommen mit dem halo skin und ja heute möchte ich sagen ob man diesen skin gratis bekommen wird zuerst mal ein paar fakten über das starter pack das starter pack wird 4,99 euro kosten also nicht gratis viele youtuber sagen dass dieses starter pack gratis ist das stimmt nicht es kostet 4,99 da ist dieser skin enthalten 600 vbucks und der rucksack das sind schon mal die fakten dieser skin ist momentan nur für die ps4 verfügbar zum zeitpunkt dieses videos und ja wird vielleicht aber noch auf xbox und pc rauskommen und ja wie sagt diesen skin gibt es nicht gratis viele youtuber haben videos gemacht dass es diesen skin gratis gibt das stimmt nicht dieser skin kostet 4,99 euro und ja auf jeden fall mega geiler skin werde ich mir auf jeden fall holen und ja dann würde ich sagen das war's mit diesem video und schaut auf jeden fall noch bei meinem giveaway vorbei das ist das letzte video also da verlose ich zwei mobile codes also könnt ihr gerne mitmachen das war mein letztes video also ja das war's mit dem video haut rein und ciao ihr 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 ihr